Hallo und herzlich Willkommen in meinem kleinen Laden Mühlenstein in Uedem am Niederrhein. Heute geht es um Kleinigkeiten. Kleinigkeiten die man in Großigkeiten einbauen kann. Großigkeiten, mein Wort. Leute die meinen Kanal verfolgen, die wissen das Ding, das habe ich auch schon mal gebaut. Ja, das habe ich jetzt aber extra nochmal hervorgekramt aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich euch etwas vorstellen möchte, mit dem ihr dieses Haus zu einer heimittigen Hütte umbauen könnt. Denn ihr kennt das, ihr habt eine Wohnung gemietet und dann geht ihr da hin. Was ist? Leer. Müsst ihr noch einrichten. Da kommt ihr in den besten Familien vor und deswegen hat sich hier Sluban was Schönes dabei gedacht. Ob ihr es jetzt extra dafür gedacht habt, weiß ich nicht, aber man kann es dazu benutzen. Und dazu gibt es dann diese kleinen Schachtel Teufel. Nein, diese kleinen Sets, das ist zum Beispiel dieses Set, die Küche. 108 Teile inklusive einer Figur. Für 6,95 Euro macht ungefähr roundabout 6 Cent pro Teil. Ja, das wäre dann dieses schöne Ding. Hier gibt es noch mehr von, zeige ich euch gleich. Hier auf der Rückseite kann man es auch sehen. Und da haben wir das Ding, das Schätzchen. Warum ist es kein Display-Set, sondern ein Spiel-Set, kann ich auch noch eben sagen. Die Tassen der Fisch ist nicht aufgenoppt, kann man nicht aufnoppen, sind keine freien Noppen zur Verfügung. Außer hier oben, aber die werden für was anderes benutzt, gebraucht. Und deswegen eher ein Spiel-Set nach dem Motto Puppenhaus. Ja, hier die Figur mit Schürze, keine Ahnung, Molly, Eva, Renate, keine Ahnung wie sie heißt. Eine schöne Sluban-Figur mit einem netten Gesicht, guter Druck. Schön. Ja, zwei Tassen Fisch. Ganz charmant hier auch der Trinkbecher. Der ist so schön, der Trinkbecher. Coffee to go, man sollte ja von Plastiklechern abziehen. Aber in dem Fall kann man, glaube ich, eine Ausnahme machen. Und ich denke mal, ja, eine schöne kleine Küche. So, jetzt können wir die wahrscheinlich so nicht hier in das Haus einbauen. Ja, wird so gerade gehen. Können wir vielleicht gerade eben so machen. Aber man kann zum Beispiel die einzelnen Teile, die Schränke, die Spüle und, 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 und selber als Einrichtung da einbauen. So, messen wir die mal eben aus. Da habe ich es gerade versteckt. Das ist eigentlich, ja, 8 x 8 cm. In der Höhe ist es dann 7 cm. Das sind 2, 4, 6, 8, 10 x 10 Noppen. Auf einer 10 x 10 Noppenbrät gebaut. Und der Fisch in der Pfanne. Da wird der Fisch doch in der Pfanne verrückt. Mit zwei Becherchen. Die Figur dabei. Mach das mal bitte aus. Und dann sagst du mir mal bitte was war.